Ein Tipp ist, dass ein Buch schon ein bisschen älter hat, ein paar Jahre, also nicht ganz ein paar Jahre, Siri Hüstfett, The Sorrows of an American. Und ich habe es jetzt gerade noch mal neu gelesen, weil auch dieses Buch, das Thema Immigration und dann aber die norwegische Immigranten in Amerika, erste Generation, zweite Generation. Aber ich fand, gerade weil ich mich selber mit dem Thema beschäftigt habe. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch mit vielen sehr liebenswerten Personen. Kann ich von Herzen an empfehlen.